Na lo zusammen, ich hier ist wieder Otschela und schaut euch wieder für euren Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich mir wieder zwei schicke Items rausgesucht. Ich bin ja gerade dran, die Toys so langsam mal fertig zu kriegen von den TCG-Geschichten. Mounts bin ich fertig, Pets bin ich auch fertig. Und da habe ich mir wieder zwei schicke Sachen rausgesucht. Und zwar einmal Sack voller Seesterne haben wir und dann haben wir noch das Statuen-Podest. Und die beiden, ja, habe ich gerade gesehen, dass hier das eine sogar nicht mehr sehen gebunden ist. Das könnte man im Aha verkaufen, werde ich natürlich nicht, weil ich sie selber lernen möchte. Und wenn wir jetzt mal reingucken, das sind alle Toys, die mir noch fehlen. Ich habe 615 von 621 Toys, die ich jetzt maximal holen kann. Und ja, ihr fragt sich ja, was hast du jetzt für die Dinge gezahlt? Auch die habe ich mir wieder beim Card Market geholt. Das ist so eine Seite, wo man sich quasi, ja, einfach ein paar TCG-Sachen kaufen kann. Unter anderem nicht nur TCG, sondern auch viele andere Geschichten. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ich kann euch das auch mal kurz einblenden, den Card Market. Schauen wir mal. Ah ja, da haben wir es. Dann können wir zum Beispiel hier Karten raussuchen. Ja, hier seht ihr zum Beispiel Magic Rooster Egg, den Feldrake, den Ghost Charger und so weiter. Also da kann man alle möglichen Karten holen. Ich habe das jetzt mal preislich hier geordnet. Und dann gibt es natürlich auch Toys und dann gibt es auch einige, die doch ein gutes Stück günstiger sind. Dann kann man sich auch Pets kaufen für ein paar Euro hier, 7,50 Euro für das Auge der Legion und solche Geschichten. Kann man alles machen. Die habe ich aber zum Glück alle schon und bin jetzt so ein bisschen an die Toys dran. Was haben mich die beiden Toys gekostet? Ich habe gezahlt für den Statuen-Generator 60 Euro und für den Sack voller Seesterne waren es 40 Euro. Also zusammen habe ich 100 Tacken gezahlt. Ich glaube, das war ein bisschen mehr, als ich ursprünglich hier in der Liste drin hatte. Was hatten wir hier drin? Dann hatten wir 39 und dann den Statuen-Generator. Ja gut, ein paar Euro habe ich mehr gezahlt. Aber das schwankt halt leider immer und man muss halt dann zuschlagen, wenn man das Zeug haben will. Oder wenn es halt günstig ist, war ich ein bisschen teurer, als ich quasi das, ja, wo ich mir das Ganze hier erstellt habe. Das ist auch schon ein halbes Jahr her, wo ich da mal die Preise geguckt habe. Gut, die können wir jetzt einmal löschen. Hauen wir, ach so, Zeile löschen. Ich habe ja dazugelernt zum letzten Mal, wo ich hier, oder vorletztes Mal war das sogar, wo ich hier versehen nicht mehr eine halbe Tabelle zerstört habe. Genau, und hier wollten wir auch noch, wahrscheinlich muss ich es gar nicht markieren. Wir machen es jetzt aber trotzdem, weil ich es kann. Und dann wären es auch schon weniger Toys und die tragen wir jetzt unten einmal ein. Und zwar haben wir, das haben wir leider nicht, hier das Seestern-Ding hatten wir. Und da hatten wir gesagt 40 Euro. Und dann beim Statuen-Generator, der hier ganz unten ist, da hatten wir gesagt 60 Euro. Und dann sind wir jetzt bei den Toys, habe ich jetzt insgesamt 800 Euro tatsächlich für Toys ausgegeben. Aber, wie gesagt, das meiste war der BlizzCon 2007 Murloc Suit. Der war relativ teuer an der Stelle. Genau, so, Tabelle haben wir soweit eingetragen. Jetzt können wir sie einmal lernen und uns auch angucken. Einmal den Sack voller Seesterne. Und dann lernen wir auch noch hier das Statuen-Podest. Und ich würde sagen, die gucken wir uns natürlich selbstverständlich an. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Seesternen an. Wurf... Ah ja gut, das finden wir so nicht. Seestern... Ah, Sack voller Seesterne. Und zwar, wenn wir es benutzen, dann können wir uns nämlich 5 Wurfseesterne erstellen. Keine Ahnung, was ich da zu erwarten habe. So, haben wir gemacht. Und ja, also das sind auf jeden Fall harmlose Seesterne. Sollen wir mal da einen hinwerfen? Okay, also das kann man dem einfach zuwerfen. Und der hat jetzt quasi einen Buff. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich hat er das auch im Inventar und kann sie zurückwerfen. Aber das werden wir jetzt leider nicht rausfinden. Außer der Typ versucht es... Aber ich weiß es nicht. Also es gibt so Items, die man werfen kann, die der andere dann wieder zurückwerfen kann. Oder man wirft sie einfach nur. Ehrlich gesagt kann ich da jetzt nicht so ganz erkennen, was das ist. Aber es sind anscheinend Seesterne. Gut, das Toy haut mich jetzt nicht von den Hockern. Aber bei mir geht es ja tatsächlich mehr um Sammeln. Und weniger um, dass die Toys möglichst tolle Effekte haben. Genau, dann können wir noch den Statuen-Generator anschauen. Und zwar, wo haben wir denn das hier? Genau, aufstellbares Statuen-Podest. Und werdet so in der Helden-Statue von euch selbst. Das klingt doch ganz cool. Jetzt machen wir das mal. Ah, die ist sogar relativ groß. Okay. Hat 30 Minuten Abklingzeit. Wenn ich davor in den Bären gegangen wäre, ist die Frage, wäre ich dann zu den Bären geworden. Aber auf jeden Fall sind wir auf so einem Statuen-Podest, können uns auch nicht bewegen. Also das geht nicht. Und wir sind auch ein bisschen größer, als wir davor waren. Also man sieht uns auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt seht, da ist die Wache von der Größe her. Wir sind doch nochmal ein gutes Stück größer geworden. Nicht nur mit dem Podest, das wir erhöht sind, sondern auch nochmal ein Stück höher. Gut, dann können wir auch nochmal hier die Toys uns einmal abscannen. Und zwar habe ich ja hier Simple Armory. Und da kann man immer, wenn man SA-Toys eingibt und da auch dementsprechend den Add-on hat, die Toys quasi einmal aus WoW rausziehen. Jetzt kann ich euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Und zwar so. Dann nimmt er nämlich alle, ja, IDs von den kompletten Toys. Also die Item-ID. Und die tut man da oben Update. Achso, da habe ich jetzt vorhin schon ein Update gemacht. Das muss ich das wahrscheinlich alles... Können wir das größer machen? Ah, schauen wir an, das geht. So, posten das neu rein. Und dann sehen wir quasi, was wir noch brauchen. Jetzt müssten es da unten schon ein paar weniger werden. Was da jetzt noch fehlt, sind diese Portale. Die sind relativ teuer tatsächlich. Ogerdoll, Full Gold, das Feuerwerk und diese Anbindepfosten. Und das sehen wir auch in Game. Es sind jetzt hier noch vier Stück. Und zwar diese Anbindepfosten, das Katzengold, diese Ogergötze und das Feuerwerk. Und dann ist es so, es gibt irgendwie noch eine Ogergötze, die du aber leider im Moment nicht mehr kriegen kannst, weil die über so bestimmte Punkte war, die man bekommen hat, wenn man TCG-Sachen eingetauscht hat. Damals zu Classic Burning Crusade gab es da noch so ein System. Das haben die aber schon lange rausgenommen. Hatte ich im letzten Teil auch schon mal ein bisschen was zu angesprochen. Und ja, an das Zeug kommst du gar nicht bis... Ja, da kommst du leider nicht mehr ran, weil es das System halt leider nicht gibt. Und die lila Rakete ist leider auch eins von diesen Dingern. Also mal gucken, was sich da noch entwickeln wird. Die anderen sollten jetzt aber nicht so das Problem werden. Und die Portale, die werden halt ein bisschen teuer. Die sind halt hidden. Da gibt es einen, so einen Ruhestein, der so ausschaut wie das schwarze Portal. Also, ja, da wird bestimmt das ein oder andere Gold für drauf gehen oder das ein oder andere Echtgeld. Aber der sieht sehr, sehr cool aus. Und mal gucken, wann ich mir den holen kann. Gut, dann sind wir mit der Folge auch schon wieder am Ende angelangt. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.